So, jetzt kann ich mal so langsam wieder aufnehmen. Der Nebel verschwindet, glaube ich, so langsam. Ja, langsam verschwindet der. Ja, ganz langsam. Ja, ganz langsam. Ich hoffe jetzt, dass alle Banditen tot sind. Dann würde ich mir gerne, ich war jetzt gerade in der Zeit, da habe ich mir gedacht, weißt du was, dann gehst du mal eben eine Wolke machen, dann trinkst du mal eben was. Dann müsste der Nebel vorbei sein, äh, geirrt, aber gut, jetzt so langsam wieder auf. Ja, wunderbar. Hm, Moment. Das ist nicht so gut, wie man die, oh, wir sind am dehydrieren. Das ist auch nicht so gut. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Äh, Equipment. Äh, da, mhm. So. 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 Das nehmen wir uns mit, das ist unser gutes Recht. Na, dich holen wir gleich noch. Tag. Hey Scott. Geil. Wo hab ich jetzt extra zwei... Scott. So, dann rennen wir mal eben. Yes. Okay, Scott hat hier sonst nichts mehr. Okay, ähm. Und wo reingehen können wir nicht, ne? Nö. Hm? Weil die Becks wäre relativ cool. Two Survival Humor? Ja, hier ist irgendwo, er... Ich weiß auch nicht, wo die hier liegen. Wir liegen einfach hier so rum. Ich weiß auch nicht. So. Okay, die hatten hier den Weg runter. Ansonsten hatten die hier nix, ne? Na. Haben die Zombies den gefressen? Die eine... Hier lag nur noch einer. Bestimmt die Zombies gefuttert oder so. Hm. Okay, hier ist der Stau. Oder? Der Stau fängt da vorne an. Hm. Nö. Nur mal was können. Aber hier sind doch Zombies, oder? Hier sind Zombies. Türcher. Mhm. Mhm. Das heißt, wo könnten die denn noch ihre Base genommen? Oh. Mhm. Mhm. Hm, hm, hm. Joa. Hm. Ist jetzt ein bisschen doof, ne? Na gut, dann essen wir den Brokkoli halt. Nee. Wie schmeißt man die denn? Kann man die irgendwie... Nee, nicht trocken. Kann man die hier nicht? Hm. Hm. Ja. 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 und ich bin der Berserker Schusswassungsmach und St Blüttel St Mmh, mmh, mmh. Ist da irgendwo die Tanke oder was? Ich weiß sie ehrlich gesagt nicht mehr. Äh, ist da noch. Oh, da müssen wir auf jeden Fall trinken. Mmh, 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 mmh. Brokkoli, Brokkoli. Das ist der Brokkoli. So. Zack, zack. Quau schmeißen. Habe ich doch nur noch Hunting oder was? Das waren, glaub ich, immer meine. Na gut, die Basic-Dinger, die sind nicht so gut. Das ist die Nacht, die Nacht, die ich ich brauche. So. Hm? Noob, alter. Habe ich mir aber gerade festgefahren, kurzzeitig. Schlimm ist das nämlich echt, die das Lichtblendet. Oh. Äh, zu weit gefahren. Da war die. Ja, war doch das, was ich gesehen hab. Sehr gut, sehr gut. So. Stehen, Mann. Ja. Auf. Auf. Äh. Hm. So. Der Scott. Der kommt, äh, Scott kommt hierhin. Äh, Scott. Scott. Genau. Scott kommt da rein. Alles klar. Äh, Scott. Ich will mit dir nicht token. Ich will dich eigentlich nur ein bisschen, äh, ausstatten. Ja. Zwei Millimeter. Ich hab jetzt wohl, äh, neun Millimeter. Äh, warte, ich hol dir auch noch eine Knarre, Scott. Äh, da haben wir noch ein bisschen Knarre. Äh. Zock. 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 Scott, genau. Was ist denn da jetzt hin? Scott, Scott. Scott. Äh, Scott. 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 Scott, warte mal. Äh. Hier, du brauchst, du brauchst, du brauchst ne Knarre. Äh, Junge. Du brauchst ne Knarre. Kannst ja nicht ohne Knarre jetzt hier rumlaufen. Äh, Würfel? Ne. Messer? Ja. So. Zack. Bitte. Kate, wie sieht denn da aus bei dir? Hey. Hey. Okay. Okay, du hast 22 Schuss noch. Das ist eigentlich relativ gut, ne? So. Ähm. Was haben wir denn jetzt alles hier? Hey. Ui. Wir sind ein bisschen voll jetzt hier, was, äh, die Sachen angeht. Hm. Hm. Oh. Okay. Ähm. Jo. Hm. 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 Ja, haben wir. Kate ist gut drauf. So. Ich weiß aber nicht, wie es mit den Handgranaten geht. Das ist, ehrlich gesagt, das, äh, hab ich gar keine Ahnung von. Ich bin so Handgranaten technisch sehr universiert. Gott sei Dank. Kann man ja auch Gott sei Dank sagen. Hm. Hm. So. Dann tun wir hier noch so ne, ne? Kleine. Sache rein. Tun wir da noch was rein. Das da auch noch. Und Schuhe haben wir auch noch. Hm. Hm. Das kommt da hin. Ich weiß nicht, warum wir so viele Waffen haben. Davon. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir brauchen nämlich nicht so viele. Hm. 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 Tüttüttüttüttüttüttü, so, zack, äh, weh, 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 so, und da haben wir auch nochmal ein bisschen was, was wir auffüllen könnten, nn, 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 da haben wir auch so eine Knarre, hm, komisch, so, äh, so, Lappen, Lappen kann man hier wieder runterbringen, hallo? Das ist die Lappen-Side, ha, 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 so, und, da haben wir noch Pan-Killer, geil, und, ich hab hier immer noch eine Waffe, äh, und, was wollte ich jetzt machen eigentlich, ach so, ja, klar, ich will, und, äh, Bros, Bros, kann man hier nochmal so ein paar rein, Hauen, finde ich sehr gut, mal gehen wir auf eine Runde pennen, und dann hat sich die Sache, äh, zack, 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 neun Stunden schlafen, kann man mal machen, und dann, äh, ja, hat sich das Thema Gut, Freunde, wir sind eigentlich aber fast am Ende, ich würde bei Gelegenheit maximo, äh, Kate, äh, Kate, Kate, ich sehe Busen, ähm, sag mal auf, ähm, Scott, ich, ich sehe Kates Busen, Ja, äh, wie, wie ist denn dein Staffel, bist du echt sehr, äh, äh, ja, Kate, ich, ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, was ich mit dir machen soll, Kate, Ja, äh, äh, Scott, wie, wie geht's dir denn? Ja, sieh gut aus, Siehst du sehr gut aus, Scott, ähm, Und safe water, äh, gar kein Wasser, ist auch gut, So, bisschen Wasser abzapfen, da So, zack, da viel rein, und dann kann man hier nochmal ein bisschen Wasser, äh, Gift, Giftwasser Gift mir einfach Und dann, ja, wenn er gleich durch ist, Könnte man da auch nochmal, ne, also, an den, Gift mir einfach Wie geht, soll man uns lehren, geht hin und mehren durch, nicht? Äh, ja, ich habe ganze 8 Millimeter, äh, äh, Genau Scott, ich habe da Noch eine Riffle für dich Und, ja, leider nicht mehr ganz so viel Munition Gut, ähm, Freunde Ganz kurz Das wart für uns heute schon wieder Muss man ganz kurz so sagen, leider Ähm Ja, komm, komm, ja, muss man sagen, leider Schade Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, und wir kommen aber auch so langsam dem, dem, ähm, Ende nahe Bööö Ähm So langsam, aber sicher, kommen wir auch dem Ende nahe Leider Leider kommen wir so langsam dem Ende nahe Upgrade Kann man Handgranaten machen Ich weiß echt nicht Ups, bitte, bitte, ne Split half Ich, ich, ich wüsste nicht, wie die funktionieren Ist mein Hauptproblem gerade wieder Ähm, keine Ahnung Äh, jo Ähm, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein Wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder Wie gesagt, viel passiert jetzt auch nicht mehr von meiner Seite aus hier Ähm Weil eben, wie gesagt, wir müssen ja auch noch, äh, ein bisschen was anderes machen Wie gesagt, ich wollt nur noch ein bisschen hier, äh, schauen Es ist riesig Das Spiel macht echt mega Spaß Aber, äh, auf Dauer, ähm, eben, ähm, muss man da mal gucken, wie wir da weiter verfahren wollen und werden Äh, hallo? Das war jetzt etwas, was ich nicht wollte Ähm Duo Single Modern Beds Classic Beds Das ist das Bett und von Scott Das machen wir eben noch fertig Komm Jetzt, wo wir gerade dabei sind Machen wir eben noch fertig hier, zack Äh, zack Ich glaube auch, zack Ansonsten müsste ich es nicht Ähm Und dann haben wir es auch Lass mich raten, ich habe keinen Hammer dabei, oder? Doch, habe ich Ich habe es Achso Wir hätten wir gar nicht gebraucht Okay Geht auch Äh, wir hätten Tücher gebraucht Oh, geht auch Dann holen wir uns eben halt Tücher gleich Ist auch gut Holz haben wir verbraucht Das ist gut Tücher Ach, Tücher Dann hat der Scott auch ein Bett Und dann haben wir das Kapitel hier abgeschlossen Ich würde dann vielleicht nur noch einmal versuchen Den Berserker, ob wir den legen können Das weiß ich nicht Huh, hallo Scott Ähm Das weiß ich echt nicht Ob wir den Berserker legen können Das würde ich dann einfach in der nächsten Aufnahmesession vielleicht Ausprobieren Wenn ihr denn wollt Ich Wie gesagt Weiß es nicht Wir schauen dann einfach mal So So Die sind in der zweiten Etage Scott ist da Kate ist da Floor 1 Volume 0 Ja Hm, hm, hm Set the base button Hm, hm Shelter ist noch Hm Hier unten Ne Hier unten können wir auch gar keinen zuweisen Ne Nun könnten wir uns noch ein Bett machen Wenn Oben Ne Oben geht Nische Meere Ja Außer da Wo wir aktuell unser Bett noch stehen haben Ich glaube eine Geisel könnte man noch retten Aber Okay Ähm Ja Das war es auf jeden Fall Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Wenn ihr denn wollt Ciao Mit V Euer Johnny Tschüss